Stellen Sie Ihre Partnerin Ihren Partner vor. Das ist Ahmad. Er kommt aus Afghanistan. Er wohnt in Herat. Er lernt Deutsch in Elm Akademie. Er spricht Dari und etwas Deutsch. Er hört gerne Musik. Das ist Fatima. Sie kommt aus Afghanistan. Sie wohnt in Herat. Sie lernt Deutsch in Elm Akademie. Sie spricht Dari und etwas Deutsch. Sie hört gerne Musik. Sie spricht Dari und paragraf. Sie likt auch in die Welt. Vielen Dank.